Montag Lunes Ich habe am Montag ein Treffen. Tengo una reunión el lunes. Dienstag Martes Bis Dienstag Nos vemos el martes. Mittwoch Miércoles Ich ruhe mich am Mittwoch aus. Descanso el miércoles. Donnerstag Jueves Sie kommt am Donnerstag. Ella llega el jueves. Freitag Viernes Freitag macht Spaß. El viernes es divertido. Juntos 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 D